In diesem Video geht es darum, welche sechs erotischen Wünsche wir Frauen haben. Ich habe da jetzt mal so ein paar Punkte gesammelt. Ich kam auf sechs. Und die möchte ich dir jetzt gerne erklären. Das sind allgemeingültige Gesetze, Punkte, die eben für uns Frauen hochattraktiv sind. Und was deine Partnerin dann genau möchte und wie du es genau umsetzt, das ist dann eben nochmal ein zweiter Punkt. Ich erkläre dir sozusagen jetzt die Erotik der Frau anhand von sechs Tipps. Und warum ist das überhaupt interessant für dich? Ja, beim Thema Frauen glücklich machen geht es mir jetzt jedenfalls vorrangig auch um diese erotischen Themen. Und natürlich kannst du sie erotisch auch nur dann erreichen, wenn du sie emotional erreichst. Aber da machen wir vielleicht nochmal ein anderes Thema draus. Jedenfalls gebe ich dir jetzt heute diese erotischen Hinweise, die dir helfen, diese Erotik der Frau und der Partnerin besser zu verstehen. Ja, damit du wirklich innigen und nahen Sex mit dir haben kannst. So, dann lassen wir uns mal starten. Punkt Nummer eins. Und zwar kann das sein, dass du diesen Punkt vielleicht schon gehört hast, aber dass du ihn vielleicht nicht ganz verstanden hast. Und zwar geht es darum, dass du mit all deinen Sinnen wahrnimmst und sozusagen deine Körperwahrnehmung von deinem besten Stück, was ja auch seine Berechtigung hat, dass du damit fühlst und wahrnimmst, ausweitest auf deinen gesamten Körper und alle deine Sinne. Weil wir Frauen, wir erleben sozusagen diese Sexualität mit allen Sinnen. Und wir brauchen einen Mann, der uns gezielt wahrnimmt. Also es geht um deine Wahrnehmung, schärfe deine Wahrnehmung. Deine Hände, deiner Ohren, deines Mundes, deiner Haut, deines Körpers insgesamt und so weiter. Weil nur wenn du das klar hast, kannst du sie überhaupt erreichen. Ja, weil das ist dein, wie soll ich sagen, dein Handwerkszeug, ja, um dann mit ihr eine Sprache zu sprechen. Wenn du nicht wahrnimmst, wie sie stöhnt oder wie sie sich bewegt, dass sie irgendetwas mag oder nicht mag, dann kannst du dich auf den Kopf stellen und sonst wie viel Stoßtechniken oder Orgasmusarten üben, wenn du dann nicht die Rückmeldungen verstehst, die sie dir gibt. Okay? Also, öffne deine Wahrnehmung für alle deine Sinne. Punkt Nummer zwei. Es geht darum, oder das ist jetzt auch wieder so ein Fallstreck, jedenfalls für den deutschen Mann. Es geht um uns Frauen darum, dass wir uns gefühlt fühlen. Wir wollen gefühlt werden, nicht die ganze Zeit. Und es ist auch nicht gemeint, dass du pur dominant bist, sondern es ist gemeint, dass du sie, dass du mal ihren Schubs da gibst oder da gibst, mal die Stellung wechselt, dreh dich um. Und diese Sachen sind gemeint, ja? Dass du immer genau weißt, was jetzt als nächstes ansteht. Und mit immer meine ich jetzt nicht die ganze Zeit im Sexspiel, sondern dass du eben die Richtung weißt, ja? Und dass natürlich das auch ein Hin und Her sein darf. Aber wenn sie sich dann, oftmals ist es so, wenn es ein Hin und Her ist und keiner führt, dann langweilt sie sich. Und dann irgendwann. Oder dann will sie keinen Sex mehr, ja? Insofern kann ich dir raten, geh in die Führung. Und wie ich Führung verstehe, da habe ich in meinem Podcast schon ganz viel gemacht. Falls du jetzt hier reinschaltest und, ja, der Kanal ist ja gerade erst am Entstehen. Aber ich werde da sicher auch noch ganz viele Videos zu machen, weil das ist meine zentrale Aufgabe, über die erotische Führung des Mannes im deutschsprachigen Raum zu sprechen und den Männern da wieder zu zeigen, dass sie sich selber die Erlaubnis geben dürfen, die Frau im Bett zu führen, ja? Das machen viele Männercoaches und Sexcoaches für Männer machen das schon, ja? Ich mache das auch. Ich bin eine Frau und ich weiß, wie wir Frauen fühlen und was wir uns im tiefsten Inneren wünschen, ja? Und ich kann dir sagen, das ist hoch erotisch. Okay, wenn du das bisher noch nie gemacht hast und auch keinen blassen Schimmer hast, wie das geht, dann musst du das lernen und dann ist das auch ein Weg, weil das funktioniert nicht von heute auf morgen, ne? Viele denken so, wie man sich so einen klassischen Chef vorstellt. Ja, der macht irgendwelche Anweisungen und dann schwupptet, ja? Aber beim Sex funktioniert das auch nicht, ne? Da geht es nur eben, indem du wahrnimmst und weißt, wo sie gerade steht, dass du dann die richtigen Mittel einsetzt und sie so unterstützt, dass sie sich eben vollkommen hingeben kann und auf allen möglichen Ebenen zum Orgasmus kommen kann, ja? So, das ist Punkt 2, Führung. Punkt 3 geht es um, und jetzt kommen wir so ein bisschen tiefer, um diese weibliche Fantasie und ich würde sagen, der Punkt, ich habe ihn jetzt genannt, eine verspielte Versautheit zeigen, ja? Also verspielt heißt sozusagen immer wieder kurz rankitzeln und dann wieder ganz brav sein und also so mit ihr sprechen. Ja, das heißt, es ist eine spielerische Annäherung an diesen versauten Part oder versauten Teil der Sexualität. Diesen versauten Teil gibt es in jedem von uns, ja? Und ich weiß, wir Frauen tun uns sehr schwer damit, dass wir uns diesem versauten Anteil zugestehen und den annehmen, ja? Aber dafür darfst du als Mann, darfst du da reinfühlen, wo sie gerade steht und was sie da will. Und sie dann da antriggern, ja? Es geht also da nicht darum, sie, also im Dirty Talk passiert das oft, dass die Männer dann zu schnell, zu versaut reden und das dann eben so in die Richtung Abwertung, also die Frau nimmt es dann als Abwertung wahr, geht. Nee, das soll es eben nicht sein, sondern das soll so eine sanfte Verspieltheit sein. Na, streckst du mir deinen Popo hin? Toll. Komm, streck ihn mal noch ein bisschen mehr raus. Brav, ne? Also, ich spinne jetzt, ja? So, ich weiß, schon alleine diese Sätze kann fast gar kein Mann in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Aber egal, so habt ihr mal ein bisschen was zum, als Inspiration. So, Punkt Nummer vier. Da geht es darum, dass du sie, also wir Frauen mögen es nicht, dass du sie direkt berührst, ja? Also, batsch drauf auf den Busen, ja? Das ist überhaupt gar nicht erotisch für uns und es fördert auch nicht, dass wir in die Lust kommen. Oder eben, komm ins Bett. Oder was viele Frauen hören. Wollen wir heute Sex haben? Und du fragst es zu einer Zeit, wo sie ganz an was anderes denkt? Und dann sagt sie natürlich, ey, was? Entweder sagt sie, keine Ahnung, dann hast du noch Glück. Oder sie sagt, nö. So, also mach es nicht direkt, sondern lass sie zappeln. Und damit meine ich jetzt bei den Berührungen, berühre drumherum, steigere es, sodass sie merkt, dass du es nicht direkt berühren willst. Und dann irgendwann berührst du es ganz zufällig und dann explodiert sie schon. Zum Beispiel, wenn du es gut machst. Ja? Und bei der Sprache ist es genauso. Also, erst heiß machen und dann sagen, so Baby, du ziehst dich jetzt aus und gehst hoch ins Bett. Und ich erwarte dich, oder ich komme mal fünf Minuten später. Und dann möchte ich, dass du schön heiß bist. So, also, nicht direkt berühren, zappeln lassen. Dann haben wir den Punkt Nummer 5, ja? Und da habe ich jetzt mal nochmal so die Bandbreite der Berührungen und die Qualität der Berührungen nochmal so dargestellt. Und zwar natürlich, wir Frauen sind zarte Wesen. Wir sind empfindsam. Unsere Haut ist ganz dünn und zart und weich. Wir wollen zart berührt werden. Ich meine, von dieser Zartheit, von der ich jetzt rede, die verstehst du als Mann vielleicht gar nicht. Ja, zart heißt zum Beispiel so, ganz zart und dann nur ganz fein. Und das kannst du, wenn du es an der richtigen Stelle machst, kannst du das stundenlang machen. Und sie kommt mehrmals, ja? So, also, es gibt zarte Berührungen und es gibt starke Berührungen. Natürlich gibt es dann, kann man sagen, gibt da noch mehr Nuancen. So, und sie möchte, dass du dieses gesamte Spektrum ausfüllst. Okay? Und zwar, der Schlüssel dabei ist, dass du es unverhofft einsetzt. Nicht geplant. So, dass sie überrascht wird. Weil wir Frauen lieben Überraschungen. Wir wollen uns nicht langweilen. Wir wollen nicht immer jedes Mal das Gleiche erleben. Es muss spannend sein. Okay? Sehr gut. Und jetzt haben wir noch den letzten Punkt, Nummer 6. Und dieser Punkt ist auch noch so sehr eine tiefe Belehrung. Nämlich, du weißt das vielleicht. Die Männer sind ja die Aktiven oder der Mann der Tat und so gibt es so Sprüche. Und ihr macht auch so Grenzerfahrungen viel einfacher und leichter und traut euch eben Sachen zu und geht da drüber und geht eben ja auch, naja, wie sagt man, voran. Ja? Und dafür brauchen wir euch. Ja? Und gerade beim Sex brauchen wir euch, damit wir über unsere eigenen Grenzen, habe ich sie jetzt mal genannt, über unsere Grenzen hinweg gehen. Nee, ich mag nicht bei Licht. Nee, ich mag nicht hier auf dem Küchentisch. Nee, ich möchte nicht, dass mich jemand sieht. Nee, also diese Praxis möchte ich nicht machen. Ähm, nee, also das kann ich nicht. Nee. So redest du nicht mit mir. Ja, das sind alles so, ich habe jetzt mal so nachgemacht, so Sachen, ja, wo du als Mann vielleicht schon öfter gehört hast. Ja, und wo wir Frauen Nee sagen und wo es sozusagen deine Geschicklichkeit erfordert, dass du deine Partnerin über diese Grenze hinweg drüber bringst. Also ihr bei dieser Grenzerfahrung hilfst und eben sie so fühlst, dass sie wirklich loslässt. Ihre Angst, ihre Erwartungen, ihre, wie auch immer, Vorstellungen loszulassen, ja. Und dieses Loslassen, können wir auch sagen, diese Hingabe, die ist so wundervoll, weil wenn du das kannst, wenn du das schaffst, und das funktioniert nur über Führung, ne. Deswegen ist Führung auf Nummer zwei war das jetzt. Dann hast du ein Sechser im Lotto, ja. Es geht nicht darum, mit ihr zu diskutieren oder zu argumentieren, warum jetzt nicht und so. Nein, es geht darum, sie so heiß zu machen, dass du sie dann mitnehmen kannst über diese Grenze. Und dafür darfst du eben in die Führung gehen und dir auch überlegen, wie das gehen kann und diese Sprache sprechen lernen und diese Methoden auch anwenden lernen. Hast du das verstanden? Das ist deine Aufgabe. Nur so, oder wie soll ich sagen, nicht nur so, aber die Frauen werden dich lieben. Ja, die wollen, also ich sag jetzt nochmal so, wie ich arbeite oder was meine, wovon ich ausgehe. Ja, oft, oder wenn wir so in der Psychologie oder Psychiatrie gucken, dann gehen die da so klassischerweise von aus, ja, entweder der Mann ist ein Arschloch oder er ist ein Softie. Und dazwischen gibt es nichts, ja, aber meiner Meinung nach geht es beides. Du darfst deine Nettigkeit und deine Sanftmut und deine Liebe, die darfst du ja behalten, aber du darfst gleichzeitig auch diese Führungsthemen lernen und wirklich ein bester Liebhaber sein, ja, und diese Führung zeigen. Und das ist mein, naja, meine Mission hier in diesem Kanal und in meiner Arbeit, ja. Du findest unten meinen Podcast, du findest meine Facebook-Gruppe und meine kostenlose Beratungssession. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn du dieses Video likst, weil dann können auch noch mehr Leute das Video sehen, ja. In diesem Sinne, einen wunderschönen Tag dir. Tschüssi. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn du diese Führungsthemen hast, ich freue mich, wenn du diese Führungsthemen hast,